Du musst schon springen dabei. Ja, ich vergesse es jedes Mal. Helfen? Den können wir ganz normal machen, den Sprung, den kannst du auch, komm mal einfach rüber. Äh, scheiße, wie soll ich denn hier da rüber? Hä? Wie muss, wie komm ich denn da hoch? Äh, ah fuck, jetzt bin ich da runter gefallen. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Die machen Musik machen, da ist nicht dabei. Nö, 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 nö. Nö, nö. Alter, mehr netziger Seiche. Allmählich kriegen wir das ja raus. So, mit Sommerholz. Da rüberwerfen auf jeden Fall wieder. Okay, rüber. Nochmal. Okay, runter, 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 runter. Ja, passt. Äh... Hochwerfen. Oder fährt das Ding alleine? Oh, geil, jetzt müssen wir mit dem Ding agieren. Warte, geh du mal an die Wand als Kleiner? Ja, okay. Okay. Das war jetzt nicht das, was wir gesucht haben. Aber wir sterben jetzt, wie soll das denn jetzt gehen? Ich glaube, einer muss quasi seitlich als Kleiner auf den fetten Button genockt werden und sich in der Luft zum Fetten machen. Steigt das schneller an? Nein, nein, das steigt immer so schnell, wie wir gerade sind an. Jetzt kannst du mich mal... Ah, ich bin gerade behindert. Das ist aber auch anstrengend. Je länger ich sowas mache, desto schlechter werde ich. Ja, wieso? Aber wir haben doch jetzt Fortschritte auf jeden Fall schon mal. Wir kommen ja auch immer weiter. Ja, äh, ja, ich bin die weg. Ja, äh, ja, ja. Shit. Nochmal? Vielleicht kriegen wir es ja noch gerettet. Das kann doch nicht wahr sein! Weil ich da so ganz knapp hochgenockt wurde und deswegen nicht gesprungen bin, wie ich es geplant hatte. Du gestoppt kannst viel schneiden jetzt. Ach ja... So jetzt aber, bitte... Troll, danke. Ah, da mach ich's. So, warte mal. So, wie war das jetzt nochmal? Oder warte mal, genau. Wir machen das jetzt so... Ähm, warte, kann ich so zart? Kann ich hier irgendwie... Äh, geh du mal so hier drauf, ne? Das wird's nicht so ne Scheiße. Und jetzt? Ne, ich überleg... Ich muss grad überlegen... Ich versteh das dann nicht. Ah ne, warte mal. Wenn ich dich werfe und du dann fett wirst, krieg ich dann vielleicht... Ach, ich muss mich fett machen, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist mir jetzt aber gerade selber auch erst eingefallen. Was das vielleicht das Rätsel-Lösung ist. Help me! Ich werde dich helfen. Ja. 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 Was wir vorher eingefallen. Ja, man gewinnt ja dann doch so seinen Ablauf, ne? Ja, man gewinnt ja dann doch so seinen Ablauf, ne? Ne. Aua. Das nächste Mal ohne springen. Ohne springen zählt es besser. Aber jetzt muss ich fett werden, wenn du mich wirfst, ne? Richtig. Ja. Warte jetzt mal, bis wir ganz oben sind. Muss ich rechts draufgehen auf die Plattform? Ja, ich glaube ja. Dann musst du erst links auf die Plattform, vorerst drauf. Und jetzt will ich hier aus rüberspringen. Oder werd mal klein, werd mal klein, geh auf die andere Plattform drauf, so. Erf mich? Nein, scheiße! Das war immer der richtige Weg. Ja, das war richtig. Nein, ich hatte nicht gerade auf die Plattform. Okay, aber wir wissen jetzt, wie es geht. Richtiger Ehrgeiz hier. Ja. Kann man bei Hammerwatch nicht sagen, wenn es da ums Rätsel geht. Wieso doch? Ich habe doch eh nicht lange bei diesem Rätsel, wo es da immer die anliegenden Blöcke quasi gechanged werden. Da habe ich da auch immer einen richtigen Adress gehabt. Du hast es ja immer bei jedem Fall der Rätsel bisher gestorben. Oh, Stattiger, der ist nicht weit genug geworfen. Ähm, Entschuldigung. Ja, komm. Dein ein. Okay, ich mach mich hier dann wieder fett. Ja, warte mal. So. Jetzt. Okay. Komm hoch. Okay, das ist deine Spezialität. Mach du das mal. Du kannst es besser als ich. Ja, fast. Ich meine, habe ich okay. Du musst deinen jetzt. Okay, das ist ein Abwechseln. Sehr gut. Das ist anstrengend. Egal, das kann ich sehen. Komm, sind wir dabei. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Da will ich jetzt noch kacken. Komm, wir ist... Ähm. Wir bekommen gerade keinen Zittig. Wir sind aber höher. Oh Gott, da kommt er. Schnell. Komm, rüber, 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 rüber. Junk. Du wolltest es aber spannend machen, ey. War das Knall. Meine Güte. Boah, das war aber richtig Multitasking gerade. Q und E und alles so. Aber sehr schön. Gut gemacht. War so gut gemacht. Also den letzten Teil, da warst du deutlich besser. Mit diesem Aufzug komme ich überhaupt nicht klar. Oh, dann haben wir den auch geschafft. Gut, dann geht's das, sag ich mal, das nächste Mal dann weiter im Wald. Ne? Äh, ich find das Spiel so ganz nett eigentlich. Die haben mir da echt einige Rätselideen reingebracht. Das ist eigentlich ne coole Sache. Ja, ist ganz lustig. Äh, würde ich mal sagen, sieht man sich dann in der nächsten Aufnahme bei Shift Happens zu zweit wieder mit. Und wir, wenn wir weiterhin flüchten wollen, durch den Wald dann das nächste Mal. Genau. Boah, das war's von mir, Rob Struckle, und so haben wir jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.